Musik Guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei time2do.ch Unsere Thematiken sind so vielfältig, dass ich immer wahnsinnig viele E-Mails bekomme und manchmal beschweren sich dann auch eine Woche oder zwei die Zuschauer, die mir eine E-Mail geschickt haben, weil ich nicht antworte. Ich bitte Sie, das zu verstehen. Würde ich täglich die E-Mail-Flut A selbst bearbeiten und auch noch alle beantworten, wäre eine Sendung, eine Recherche, irgendwelche Arbeit überhaupt nicht mehr möglich, geschweige denn außer Haustermine oder sonstiges. Also, ich bekomme immer, ich habe ja eine Assistentin, bekomme immer alles aufgearbeitet und vorgelegt und nehme es auch zur Kenntnis und wenn ich nach der Sendung dann die Texte für YouTube mache, gehe ich oftmals noch in die E-Mails und schaue mir sie an und wie gesagt, wenn ich antworte, immer ganz kurz und knapp, auch da nicht böse sein. Normalerweise bin ich anders und nehme mir Zeit, aber wie gesagt, das Mail-Thema wird mich wahnsinnig aufhalten und auch am Telefon bitte ich, das zu verstehen. Seit ich am 5. wieder angefangen habe, klingelt mein Telefon von morgens bis abends. Ich könnte gar nicht irgendwas arbeiten, aber ich verstehe natürlich Ihre Anfrage. Wir haben jetzt Folgendes gemacht, da wir in der Redaktion jetzt besser besetzt sind, haben wir auch die Redaktionsnummer eingeblendet, unter der, wenn Sie mich nicht erreichen, Sie die Kollegin, die Waltraud erreichen und sie weiß dann immer, wie sie mich findet und wie wir was erledigen können oder wenn es dringend ist und Sie brauchen mich wirklich persönlich, dann rufe ich Sie dann auch irgendwann zurück. Da bitte ich, das zu verstehen. Eine zweite Sache, die ich beinahe vergessen hätte. Ich habe vor den Feiertagen Ihnen vorgestellt, die neuen Seminare von Nadja Hedden. Wunderbare Seminare, wo es gerade um das neue Bewusstsein geht. Die finden statt in zwei Orten mittlerweile in Bern, in der Quelle am nächsten Dienstag. Die ganzen Informationen kriegen Sie auf der Website vom Forum Rosal oder Sie gehen bei Time2do auf aktuell und schauen sich das an und was mich immer begeistert und daran erkenne ich wirklich die Spiritualität der Menschen und da schätze ich die Nadja sehr, denn sie hat schon bevor irgendein Theater anfing, das Thema, was kommt auf uns zu, was ist mit den Religionen, das Thema Islam, das Thema Christentum und so weiter. Da hat sie viele Informationen, da sie sehr angebunden ist, hat sie natürlich auch die entsprechenden Themen bereitgestellt, wo Sie sich mehr zurechtfinden können. Ich empfehle, besuchen Sie die Informationsabende und die Seminare mit Nadja Hedden. Wie gesagt, unter Forum Rosal oder auf der aktuellen Seite von Time2do. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Viele Gäste waren bei mir schon einmal da, wie zum Beispiel auch mein heutiger Gast. Er wurde eigentlich bekannt, der Mann, der mit den Fingern die Schmerzen wegdrückt. Jetzt war er das letzte Mal bei mir, letztes Jahr im April. Ich fordere Sie ja immer auf, dass Sie als Zuschauer reagieren und mir die Informationen geben, ob diese Behandlung bei Ihnen Erfolg hatte, wie Sie das erlebt haben. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen und natürlich ein paar Fragen auch dazu. Zwei Punkte gab es auch, wo Leute gesagt haben, da hat was nicht funktioniert. Das wollen wir heute klären. Ich freue mich, dass er wieder von fast der österreichischen Grenze zu mir ins Studio nach Langenthal gekommen ist. Herzlich willkommen, Lucio Nicoletti. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Lucio, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut, danke. Immer gut. Gut ins neue Jahr hineingekommen? Ja, ganz gut. Prima. Du bist auch immer ein sehr, sehr freudvoller Mensch. Ich habe dich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Nein, muss auch nicht sein, oder warum denn? Da habe ich keinen Grund dazu. Das Leben meint ja gut mit uns Menschen. Man muss nur das Leben anders annehmen und nicht immer jammern und jammern. Das bringt ja nichts, oder? Jammern bringt nichts. Ja, und du hast ja auch, vielleicht für die Zuschauer, die dich heute zum ersten Mal sehen, dein Leben war ja auch nicht ein einfaches, bis du eigentlich die Verantwortung für deine Gesundheit selbst in die Hand genommen hast. Erzähle uns gerade noch mal ein paar Minuten, wie das bei dir gelaufen ist. Also, ich hatte auf dem Bau gearbeitet, viele Jahre, 27 Jahre, und dann wurde ich invalid. Diese Invalidität war Schmerzen, also Fibromyalgie, also Weichteile-Rheumatismus, und die Doktorin hat gesagt, mit dem musst du leben. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Wie alt warst du da? Mit 40 Jahren, 40, ja, mit 40, kann ich doch jetzt sein, dass du mit 40 schon invalid und nichts machen kannst. Oder du hast immer Schmerzen, also beim Liegen hat immer Schmerzen, also ohne Bewegung hat immer Schmerzen. Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht, und ich dachte, das muss etwas anderes geben als diese Medizin. Und ich habe unzählige Seminare gemacht, mehr als 80 Seminare habe ich gemacht, mit alles möglichen Sachen. Alle Heilmethoden, die wir angeschaut haben. Alles möglich. Beim Heiler war ich auch. Und dann bin ich an den Punkt gekommen und dachte, das gibt es doch gar nicht. Alles habe ich versucht, und die Schmerzen sind noch nicht weg. Dann habe ich begonnen, mit mir zu selber zu arbeiten, warum die Krankheit da ist, was will mir diese Krankheit sagen. Und dann habe ich begonnen mit diesem Thema zum Beschäftigen, und dann hat es begonnen, schon eine Besserung, weil er anerkannt hat, warum diese Krankheit gekommen ist. Du wolltest die Ursache ergründen. Die Ursache, genau. Die Ursache ist immer das Thema für alles eigentlich. Und dann habe ich dann über die Ursache gearbeitet, und dann habe ich ausgefunden, wenn man irgendwo eine Stelle, wo Schmerz drauf drückt, und dann löst sich das Schmerz auf. Und so habe ich den ganzen Körper, den ganzen Herzkreislauf begonnen zum Behandeln, und so waren die Schmerzen total weg. Und seitdem bin ich schmerzfrei. Ich weiß, was gesund zu sein bedeutet, schmerzfrei zu sein, weil ein anderes ist kein Leben. Nein. Das schätzt man erst denn, wenn man krank ist, wie wertvoll diese Gesundheit ist. Viele Menschen schätzen das nicht. Sie leben einfach. Sie nehmen es einfach, sie behandeln den Körper wie ein Werkzeug, das man nicht braucht. Und immer jammern sie über seinen eigenen Körper, anstatt zu schätzen, dass er da ist und wertvoll ist. Weil die Heilung kann nur durch sich selber passieren, weil wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Medizin im Prinzip. Es wird uns halt nicht so vermittelt. Das ist es so. Wir werden ja allein schon, dieses Thema Verantwortung für die eigene Gesundheit wird dir ja nicht anerzogen, wenn du heute so die Pauschalmeinungen hörst, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Also die Verantwortung über meine Gesundheit übertrage ich auf den Mediziner, soll der mal gucken. Ich habe nicht die Verantwortung, meinen Körper gesund zu erhalten. Es wird ja heute, ich sage immer, in den Grundschulen müsste man den Kindern schon beibringen, Wasser zu trinken. Ja, richtig. Aber das lässt sich halt kein Geld mitverdienen. Deswegen stehen heute in den Schulen Süßgetränkeautomaten. Ja, genau. Das ist so. Wie gesagt, man muss lernen, den Körper, also sich mehr zu schätzen, sich selber zu schätzen. Und immer, wenn etwas passiert, warum passiert das mir das, also wer hätte das verursacht? Ich selber. Also die Ursache herausfinden, warum ist das so? Wenn man diese Ursache findet, dann findet man auch die Lösung. Es ist immer bei jedem Fehler, ist die Lösung mit dabei. Wir tun immer mit den Problemen beschäftigen, anstatt mit der Lösung. Wenn man ein Problem hat, dann spricht man, schau, kranke Leute, die sitzen mit anderen kranken Leuten und diskutieren über was? Nicht über schönes Wetter, sondern über die Krankheiten. Wie soll ich gesund werden, wenn ich über Krankheiten rede? Wenn ich mich die ganze Zeit immer über die Krankheit beschäftige und immer denke, wie krank ich bin, wie arm ich bin, dass ich krank bin. Und wer alle schuld daran ist, dass ich krank bin, ist niemand an der Schulter, als ich selber. Das heißt, immer das Wegschieben, immer andere suchen, Schuldige suchen, nicht annehmen, nicht anerkennen und auch nicht loslassen können. Richtig. Hast du was Wichtiges gesagt? Vor kurzem habe ich einen tollen Satz gelesen, der hieß, denke nach über das, was du möchtest und nicht über das, was du nicht möchtest. Richtig, genau. Es ist so, wie du sagst, es ist so. Die Menschen wissen nicht, was sie wollen. Wenn du sie fragst und sagst, was willst du überhaupt, dann denkst du über Nacht, ja, ich weiß eigentlich nicht. Wenn man sagt, was ist der größte Wunsch? Die Gesundheit. Ja, was tust du denn für deine Gesundheit? Ja, ich gehe zum Doktor, Kontrolle mache. Ja, toll. Also, das kann doch nicht sein. Es fehlt das Grundverständnis. Ja, das kann nicht sein, dass wenn ich etwas kaputt mache in meinem Körper, irgendetwas mir muss dann reparieren im Prinzip, oder? Das Werkzeug hat jeder in sich, jeder Mensch. Und darum muss man lernen, mit diesem Werkzeug umzugehen. Und dann kann es auch jeder sich selber heilen. Ich bin kein Heiler. Ich sage immer wieder, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe gehört, du bist ein guter Heiler, ich bin kein Heiler. Ich heile dich nicht. Dein Körper heilt dich. Ich habe Vertrauen an deinen Körper. Was der alles kann, kann ich niemals machen. Ich bin nur der Schlüssel. Wie ein Auto braucht er einen Schlüssel, damit er fährt. Also, der fährt allein. Genau. Und du gibst ihm quasi den Schlüssel, dass er funktionieren kann. Das ist richtig, genau. Ich tue einfach den Schlüssel drehen und dann tut der Körper sich selber heilen. Das ist das Richtige. Nur das ist es richtig. Und die Medizin, das ist so, als hätte ich alles unter den Teppich kehren. Das tut das Problem nicht lösen. Niemals. Ja, weil auch, wie gesagt, wir leben nun mal in einem System, wo auch Gesundheit oder besser die Krankheit zum Geschäft geworden ist. Ich sage immer, wenn wir uns heute anschauen, wie breit diese, ich sage mal, Gesundheits-Krankheitsindustrie geworden ist. Das sind Milliarden, die dort bewegt werden. Aber es braucht kranke Menschen. Ohne kranke Menschen keine Profits bei den Ärzten, keine Profits bei den Spitälern, keine Profits bei den Apotheken, keine bei den Pharmaunternehmen. Also, sage ich immer, Leute, wenn wir das sehen, wie das System, was wir aufgebaut haben, aus gutem Willen, sage ich immer, um Gottes Willen, ich unterstelle da niemand böse Absichten. Aber es hat sich verselbstständigt, ins Gegenteil. Wenn du zurück dich erinnerst, es gibt Schriften, wo drinsteht, wie das früher gelaufen ist mit den Medizinern. Die wurden von den Gemeinden angestellt und haben ein Auskommen gehabt, ohne dass sie Patienten hatten. Aber die Bedingung war, wenn einer krank wird, musst du ihn sofort mit allem, was du kannst, kostenfrei behandeln. Und auf der anderen Seite war die Hauptaufgabe des Medikus die Prävention. Den Leuten immer wieder, ich meine, damals, zu Zeiten 17. bis 18. Jahrhundert, da war natürlich schon viel Problem mit der Hygiene alleine. Keine Kanalisation, da ist so viel, Schmutz noch und überall und Bakterien. Und da war es eine Hauptaufgabe zu sagen, Leute, wasch dir die Finger, mach dies, mach das, guck das denn nicht, im Dreck rum und dann in den Mund gehst und so weiter. Heute hätte ein Mediziner vielleicht die Aufgabe, durch den Supermarkt zu laufen und alles das rauszuschmeißen, was ungesund ist für die Menschen. Was da noch drin wäre, wäre die Frage. Also, da haben wir einfach ein bisschen eine verkehrte Welt und ich finde deinen Appell gut, dass du an die Menschen appellierst, wieder ihre Eigenverantwortung zu übernehmen und wirklich zu wissen, für meine Gesundheit bin ich selbst verantwortlich. Richtig, richtig. Damals war in der kurzen Zeit 200, weil die Anfrage so groß war. Und ich bin ein Mensch, dass ich auch empfehle, nicht Nein sagen können, oder helfen können, sage ich, ja, mach ich es halt, oder? Dann habe ich bis später am Abend gearbeitet und versuchte, dir immer zum Helfen. Und dann habe ich gesagt, so geht nicht weiter. Ich kann nur ein Mensch am Tag machen, weil ich weiß nicht, wie lange das geht. Manchmal geht eine Behandlung, kann nur bis sieben, acht Stunden gehen. Und manchmal nur fünf, sechs Stunden. Aber das kann ich nicht beeinflussen. Der Mensch heilt selber. Wie schnell heilt er denn? Das ist nicht mein Verdienst, sondern vom Körper. Ich muss immer wieder sagen, damit die Menschen das verstehen. Wenn sie mir anrufen und sagen, wie lange geht die Behandlung, dann sage ich immer, ich weiß es nicht, nimm dir einfach den ganzen Tag Zeit. Wenn vorher fertig ist, ist kein Problem für mich. Wenn er nur drei, vier Stunden hat, ist kein Problem für mich. Aber es ist blöd, wenn wir nicht fertig werden und du musst noch einmal kommen und noch einmal und noch einmal. Ich will eigentlich die ganze Behandlung unter einmal erledigen. Mein Wunsch ist es, dass er schmerzfrei geht. Und es wird jeder, wenn er fertig wird, wird er testet. Alles möglich. Sachen, die er vorher nicht konnte, also nicht Bewegung machen konnte, weil er Schmerzen hatte. Und nachher kann er alles machen. Gehe alles. Und wenn er da so ist, also wenn er ein kleiner Schmerz ist, dann suche ich diesen Schmerz und löse sie auf. Erst dann bin ich zufrieden. Jeder, wenn ich fertig bin, sage ich, wenn ich fertig bin mit der Behandlung, geht schmerzfrei aus meiner Praxis raus. Oder ein Schmerz. Manchmal ist es so, dass nicht einmal diese Stunden, also es sind weniger fehl, Gott sei Dank, dass man länger braucht. Also das ist der ganze Tag dran und war nicht fertig. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, da kann ich auch nichts machen, oder? Dann habe ich es erklärt. Und dann habe ich auch Absage bekommen, der sagt, ja, ich komme nicht mehr. Ich kann nichts machen, ich kann nichts dafür. Oder? Ich kann nichts, wenn dein Körper sich wehlt, zum sich heilen, musst du einfach anders denken. Du musst anders Leben verändern. Ich kann nicht das Leben verändern von dieser Person. Das muss ich selber tun. Ich kann nicht das Hirn, alles, was drinnen ist, das Programm kann ich nicht ändern. Ist ja auch nicht deine Aufgabe. Ja, aber ich sage, was du tun musst. Ich sage Regeln und ich zeige den Weg und sage, schau, du kannst dich selber heilen. Ich zeige dir, was du machen sollst und musst. Wenn du einmal machst und immer noch wehtut, mach zweimal, mach dreimal, mach zehnmal. Edison hat tausendmal probiert, bis die Lampe brennt hat. Aber wir Menschen probieren einmal, zweimal, das bringt doch nichts. Ja, das ist auch unsere neue technische Denkweise. Richtig, weil in einer Tabletten ist er gleich weg, oder? Aber was ist denn weg? Was? Und wir müssen einfach lernen, dass nur die Harten kommen durch. Du, die, die immer dranbleiben, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich nicht schmerzfrei. Es sind ja 20 Jahre, wo ich dran gearbeitet habe, bis ich schmerzfrei war. Das ist, das muss man einfach, ein Wunsch muss es einfach, es geht nicht von heute auf morgen. Man muss immer wieder dranbleiben und verstehen und sagen, das will ich. In jedem Preis. Und niemand bringt mich vor dem Weg. Egal, was der Doktor gesagt hat, was für eine Krankheit ist, wie schlimm das ist und das unheilbar ist, das hat der Krankheit kein Recht zu das sagen. Weil der Körper kennt keine Krankheiten. Es ist alles im Verstand. Alles ist hier drinnen. Krank ist nur das. Der Körper. Unser Denken. Das Denken. Das Denken macht uns krank. Und die Gesellschaft. Wenn ich jetzt eine Krankheit habe, gehe ich zum Doktor, ich weiß nicht, was ich habe. Und der Doktor sagt mir irgend so einen Namen, den ich kaum aussprechen kann. Wie Fibromyalgie, so ein blöder Name zum Beispiel. Und nachher mache ich mir Gedanken, was ist denn das überhaupt? Dann schaue ich im Internet nach, tue mir erkundig und dann steht drinnen, wie schlimm das immer schlimmer und schlimmer wird, dass ich nicht mehr laufen kann und so weiter und so fort. Also steht dein Sichtum quasi schon geschrieben. Genau. Kann das besser werden? Niemals. Nie. Weil ich beschäftige mich mit dem Thema und dem wird die Krankheit immer schlimmer. Wenn ich aber sage, ach, ist doch scheißegal, was er erzählt hat. Ich suche jetzt die Ursache, warum diese Krankheit kaufe ich. Und beginne dann, diesen Wandel zu machen und sage, okay, wenn das eine Ursache ist, dann tue ich diese Ursache lösen, dann löse ich die Krankheit automatisch auf. Eine Krankheit will uns etwas zeigen, was wir falsch machen. Die ist nicht schlecht. Die ist gut. Ohne die Krankheit kann ich nicht wachsen, kann ich nicht mich entwickeln. Und die Krankheit ist ja auch immer, gibt ja ganz verschiedene Theorien zum Entstehen von Krankheiten. Und eine ist ja, dass eine Krankheit ein göttlicher Hinweis ist, dass wir nicht mehr unserem Lebensweg folgen. Dass wir irgendwo, weißt du, mal abgebogen sind in eine Richtung, wo wir eigentlich gar nicht hingehören. Und dann fängt dein System, weil dein System ist ja auf deinem Lebensweg programmiert, und dann fängt das System an zu rebellieren. Und dann gibt es so Dinge, sagt man ja, heute sagt man ja zum Beispiel, wenn dir ständig der Nacken wehtut, Verspannung, dann stehst du unter Druck. Du musst einfach hören, gucken, dass der Druck aufhört, dann ist aber die Verspannung weg. Oder Rückenschmerzen, du lässt dich beugen, du tust dich dauernd ducken, du stehst nicht hin. Und so gibt es viele Ursachen. Jetzt haben wir natürlich auch einen Punkt, bei 150 und am Anfang 200, also über 300 Behandelnde in einem Jahr, gibt es natürlich immer mal Leute, die mich auch anschreiben und mir sagen, Ja, ich war bei Lugio und habe das gemacht, aber das hat nichts genutzt. Ich frage dann natürlich, wann waren sie dort, wie lange waren sie dort? In dem Fall war er einmal bei dir, hat eine Unfallspätfolge. Und du hast das dann behandelt bei ihm, aber es sollte, glaube ich, noch mehrere Termine geben. Wie ist das? So gerade Unfallspätfolgen ist ja nicht Krankheit im eigentlichen Sinn. Das sind ja so Lebenseinschnitte. Die haben zwar auch was mit der eigenen persönlichen Entwicklung zu tun. Der Mensch musste dann irgendwo dahin kommen. Aber es ist ja was anderes, als wenn ich durch eine äußere Einwirkung einen Schaden am Körper herbeiführe oder wenn er durch eigene Krankheit, also aus dem Inneren heraus, entsteht. Wie ist denn deine Erfolgsquote gerade bei solchen Dingen, die zum Beispiel, sage ich mal, was gibt es denn so Unfallspätfolgen? Bewegungsunfähigkeit oder das Thema ganze Nackenschleudertrauma, Folgegeschichten, Kopfschmerzen da heraus und so weiter. Wie ist es da? Kann das in einem Mal überhaupt weggemacht werden? Also im normalen Fall ist es kein Problem, aber dieser Fall, wo du abgespielt hast, ist ein ganz spezieller Fall. Der war bei mir, wo du bei uns warst, haben wir Aufnahmen gemacht und waren drei Männer dabei. Und einer war dabei, wo er dieses Thema gehabt hat. Ich habe ihn kurz behandelt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, weil ich habe gesagt, ich habe ja keine Zeit, um dich zu behandeln, aber er sollte sich einen Termin machen, damit ich die ganze Behandlung machen kann. Und den habe ich nichts mehr gehört von ihm. Ein paar Monate später hat er angerufen und gesagt, mir geht es nicht so gut. Dann habe ich gesagt, ja, dann musst du halt zu mir kommen, dann machen wir einen Termin, oder ich schaue, dass ich einen Termin habe für dich, dann kann man schauen, dass er sagt, ja, ich weiß es nicht. Der Doktor hat gesagt, man darf das nicht machen, man darf das nicht tun. Und, 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 hat einen Auf- und Ausreden gehabt. Dann habe ich gesagt, dann mache ich dir eine Fernbehandlung. Ach, das bringt auch nichts. Weil meine Freundin, die macht auch so Sachen und die bringt es auch, die hat mir auch nicht helfen können. Und auf jeden Fall hat immer, ich habe versucht, wirklich alles möglich zu machen, um diesem Menschen zu helfen. Aber ich kann nicht jemandem helfen, der sich nicht helfen lässt, der sich Wert dagegen lässt. Das heißt auch, das Vertrauensverhältnis, also nach dem Motto, wenn ich jetzt das höre, was du sagst, und wir haben ja auch, muss man sagen, auf der anderen Seite, habe ich, glaube ich, 40, 50 Mails bekommen in den letzten zwei Monaten, wo es darum ging, dass die Leute sich bedankt haben für den Tipp und gesagt haben, gerade, du hast ja so ein tolles Prävee, kommen wir nachher nochmal dazu, dass deine Notfallgeschichten, drücken sie hier, drücken sie so, dass es unglaublich gut geholfen hat und so. Aber, was ist denn der Hintergrund? Geht es nicht auch darum, dass der Klient oder der Patient Vertrauen haben muss zu deiner Methode, zu dir als der, der das ja sich selbst erarbeitet hat über lange Jahre? Und wenn dieses Vertrauen fehlt, ist dann überhaupt ein Anstoß zur Heilung möglich? Es ist, Vertrauen braucht immer, egal was, was du tust, da schaust du, du gehst, man sagt, ich gehe zu meinem Doktor, oder? Meinen Doktor, jederzeit mein Doktor, oder? Also man hat ja Vertrauen, zu diesem Doktor zu gehen, oder, egal zu wem, man hat immer Vertrauen, man muss Vertrauen aufbauen. Ohne Vertrauen gehst du nirgends hin, oder du würdest nirgends gehen, wenn du keinem Vertrauen hast zu diesem Mensch. Aber das muss er selber haben. Ich meine, warum kommen die Leute zu mir, weil sie Vertrauen haben, weil sie eine Hoffnung sehen, endlich einmal jemand, der ihnen hilft. Und ehrlicher Mensch, wo ihnen die Wahrheit sagt, ich sage die Wahrheit, immer, was ich sage, sage ich die Wahrheit, so wie es ist. Ob sie glauben oder nicht, das steht ihnen zu, oder? Aber mehr kann ich nicht tun. Also wir wissen ja aus anderen wissenschaftlichen Studien auch, wo gerade das Thema Zweifel untersucht wurde, wo Menschen gesagt bekommen, ja, wenn du jetzt den Berg hochläufst und dreimal dich im Kreis drehst und Kikeriki rufst, dann ist das weg. Und jetzt gab es zwei witzige Dinge, so redet man ja auch über das Thema des sogenannten Placebo-Effektes. Wenn der Mensch das geglaubt hat, ist wirklich hochgelaufen, hat sich dreimal im Kreis gedreht durch die Regie gerufen, waren die Erfolge unglaublich nur durch die Eigensuggestion, dass das hilft. Jetzt bist du ja quasi der Verstärker. Das bedeutet ja, wenn ich schon glaube, dass du mir helfen kannst und dann zu dir gehe und dir vertraue und du deine Fähigkeiten, kommen wir gleich nochmal drauf, was du eigentlich dann am Körper machst, wenn das zusammenspielt, dann ist ja eigentlich einem positiven Ergebnis nichts entgegenzusetzen. Man sagt ja, Glauben versetzt Bergen, das Glauben an sich selber, sie müssen nicht an mich selber glauben, sie müssen an sich selber glauben, das ist wichtig, weil die Kraft liegt in ihnen, nicht in mir, noch einmal, ich bin nicht der Heiler, sie sind die Heiler und das müssen sie begreifen, dass die Kraft in ihnen sind und die müssen sie nur aufwecken, so wie ich gemacht habe. Mir hat auch niemand geholfen, ich habe ja auch selber alles getan und das bringen die Leute bei uns, das musst du selber tun. Hängt das auch oftmals an der Disziplin? Ganz sicher, ganz sicher. Man gibt zu schnell auf. Das ist das Problem. Man geht zu schnell auf. Man probiert das, man probiert das, wenn es bei mir nicht gelingt, geht man dorthin und dorthin und dorthin und am Schluss stehen sie wieder an der gleichen Stelle. Ah, das höre ich natürlich auch öfter, da gibt es ja schon auch Berichte drin, den sogenannten Therapeutentourismus. Das heißt, man vertraut nicht, man sagt einfach, was macht der, oh, habe ich noch nie gehört, probiere ich mal. Also geht es nicht darum, mich damit zu beschäftigen, was tust du, warum tust du das, wo liegen die Erfahrungswerte, wo liegt das Ergebnis, sondern man hört, geht hin, wie du sagst, dann machst du deine Behandlung, dann sitzt der Nächste da hin, hat es was gewirkt, hat nichts gewirkt, zack, zum Nächsten. Ja, genau. Und da ist natürlich weder eine Identifikation mit dem Therapeuten möglich, noch ist natürlich möglich, sich überhaupt mal darauf einzulassen, um zu sehen, wo liegt die Ursache meines Gebrechens. Genau, ja. Und wenn ich das natürlich dann von mir schiebe und immer nur erwarte, dass ich das, was man heute so klassisch aus der Schulmedizin kennt, es tut hier weh, zack, Pille rein, Schmerztabelle rein, baff, ist es weg. Das kann natürlich nicht funktionieren. Liebe Zuschauer, wir gehen jetzt gleich in die Werbepause. Nach der Werbepause werden wir noch einmal genau definieren, wie sieht überhaupt die Behandlung aus und warum dauert so eine Behandlung bis zu sechs, sieben oder acht Stunden. Zum einen. Zum anderen, was gibt es für Sie als Hilfsmittel, die Sie nutzen können, die der Lucio bereitstellt. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich nach der Werbung. Timetodoshop.ch Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. Morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So liebe Zuschauer, wir sind wieder da. Bei mir heute im Studio, Lucio Nicoletti, der Mann, der mit den Händen die Schmerzen wegmacht. Wir haben in der ersten Hälfte, haben wir jetzt gehört, dass es nicht allein auf den Therapeuten ankommt oder wie er selbst sagt, auf den Mann, der den Schlüssel umdreht. Der Motor braucht mehr zum Laufen. Wenn er den Schlüssel umdreht und es ist kein Benzin drin und der Motor ist verdreckt oder kein Öl drin oder kein Wasser oder was auch immer, wird das nicht funktionieren, egal wie gut er den Schlüssel umdreht. Denn es kommt immer auf beide an. Einmal der Therapeut, der seine Fähigkeit haben muss und auf der anderen Seite der Klient oder der Patient, der im Vertrauen hingeht, bereit ist, die Ursache zu sehen und auch bereit ist, mit Disziplin an der Wiedergenesung zu arbeiten. Jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema kommen, was wir eben vor der Pause gehört haben von dir. Du hast gesagt, vorher hast du immer zwei, drei Leute und dann bis spät in die Nacht. Und dann sagtest du, Behandlung kann vier, fünf, sechs, sieben bis zu acht Stunden manchmal dauern. Was machst du so lange? Ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand acht Stunden beim Therapeut ist, aber erkläre bitte. Das sagen die meisten Leute, das habe ich noch nie gehört, dass erstens, dass jemand so lange Zeit sich dafür nimmt. Weil jeder sagt, eine Stunde muss, aber weiß ich, wie viele Mal da gehen, oder? Es ist so, es ist ja das ganze System, ich tue den ganzen Herzkreislauf, den ich behandle. Der Herzkreislauf, wir haben 80 Billionen von Zellen in unserem Körper. Die Zellen, die müssen ernährt werden, das wird unsere Blutbahn ernähren. Das beginnt von hier und dann geht es auf beide Sinten so hoch, so nach oben, Kopf, da braucht der Meister Energie, dann geht es nach unten, dann geht es nach Beinen runter und wieder rauf. Und jetzt, wenn dort irgendwo ein Stau entsteht, ja, dann gibt es ja Probleme, oder? Dann habe ich Gelenkschmerzen oder egal was. Ich tue diese Blockadenlösung mit dem Druck, also das wird mit dem Druck erzeugt. Und nachher beginnt, also zunächst, wenn ich drücke, ist es schmerzhaft. Und dann löst sich dieser Schmerz und dann ist das Problem gelöst. Und dann geht der ganze, also es sind mehrere Punkte, wo man lösen tut. Wie lange das geht, das ist eben das Problem. Wie schnell löst sich das, dieser Punkt? Löst sich das schnell? Oder muss ich manchmal, ich habe einen Punkt gehabt, bin 45 Minuten lang, habe ich einen Punkt gedrückt. An der Nase, weil, ja, 45 Minuten, ich habe Geduld. Aber dem kann ich nicht sagen, wie lange das geht, das ganze System. Also es kommt immer darauf an, wie schnell löst der Körper dieses Problem. Also das soll ich nicht sagen. Ja, das bedeutet aber auch, wenn Menschen ewig lange hinzögern, bis sie anfangen, ich meine, irgendwann fängt ja was an. Ich habe das ja an mir erlebt, irgendwann denkst du, oh, die Hand tut mir weh, ja, wie soll ich die Hand, ah, es wird wieder weggehen. Hier, achte schnell drauf, tut es wieder ein bisschen mehr weh, drei Wochen später spürst du es wieder, ah, tut immer noch weh, sechs Wochen später spürst du es wieder. Erstens mal, man reagiert nicht mehr ad hoc. Man sagt, Moment mal, wieso tut mir die Hand weh, ich habe doch gar nichts gemacht, die Hand kann mir eigentlich gar nicht wehtun. Und man schiebt es weg, wir haben ja auch heute diese große Zeitproblematik, die Leute meinen, Zeit würde ihr Leben bestimmen, obwohl, wie du selbst sagst, Zeit eine Illusion ist. Und wir müssen uns nur die Prioritäten in unserem Leben richtig setzen. Und das machen wir oft verkehrt. Und dann kommt natürlich der Punkt dazu, dass es ein Teil unserer Erziehung geworden ist. Ja. Dieses schnell, hektisch drüber wegschauen und so weiter. Nochmal zur Erklärung, Druckenpunkt. Also, das heißt, deine Therapie besteht darin, dass du mit den Händen was machst. Also, ich tue einfach mit den Fingern, also die Fingern sind programmiert. Also, ich erkläre es dir, wenn man vor den Seminaren redet, die werden programmiert. Also, jeder Finger hat ein Programm. Diese Finger drucken auf diese Dinge und dann tut es wie ein Programmlauf, wie ein Computer, wo man einschaltet. Wie ein Knopfdruck, der Computer, dann läuft was. Und dann beginnt sich das zum Lösen. Und so tun wir den Schritt für Schritt alles lösen. Was wichtig ist, die Leute, die zu mir kommen, die waren schon überall schon. Die haben nicht von heute auf morgen diese Krankheit. Die haben Jahrzehnten dieser Krankheit. Ah, okay. Also, zu mir kommen wenige Leute, die wenig haben, die Kleinigkeiten haben. Das habe ich nicht, weil mit solchen Leuten bin ich in zwei Stunden fertig. Das gibt es wenige, wirklich sehr wenige. Aber dann bin ich in zwei Stunden fertig. Aber wenn eine 30, 40 Jahre, manchmal noch länger Probleme haben, das braucht eine Zeit. Das hat doch Zeit gebraucht, bis es kann. Das höre ich auch immer öfter, auch von unterschiedlichen Therapeuten, dass sie sagen, man muss ja mal überlegen, wenn sich eine Krankheit, was weiß ich, Fettleibigkeit, das ist so ein klassisches Beispiel, wenn sich Fettleibigkeit über 10, 15, 20 Jahre gebildet hat, dann kann es keine Diätform, keine Kur geben, die das innerhalb von vier Wochen reduziert. Das würde keinen Körper aushalten. Weil er muss auch genau so, wie er sich aufgebaut hat, nicht genauso lang, schon verkürzt, aber muss er auch abbauen, dass der ganze Körper sich wieder regenerieren kann. Und somit ist natürlich sehr verständlich, diese Dinge, die du gerade erklärt hast, dass es darum geht, schwere Krankheiten, die lange Jahre der Mensch hat, da muss er sich einfach auch ein bisschen Zeit und Geduld nehmen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, in wie vielen Fällen ist es dann mit einer, auch langer, Behandlung getan? Wie ist dein Verhältnis, wie viele Behandlungen im Schnitt braucht der Mensch? Und wenn er eine 8-Stunden- oder 6-Stunden-Behandlung genossen hat, ist dann sein Problem erledigt? Also in den meisten Fällen schon. Meister heißt? Ja, wie gesagt, 98 Prozent erledigen so mit... Mit einer Sitzung, die halt auch lange dauern kann. Ja, genau. Und die anderen Fälle sind das, wo noch mal muss kommen wahrscheinlich, oder? Oder, ja, sie geben es selber auf. Oder? Da kann ich nichts machen. Und bis jetzt hatte ich sechs Stück, vor so viel, oder? Sechs. Sechs in deiner ganzen Zeit? Vor allem das ganze Jahr, oder? Habe ich sechs gehabt, wo sie gesagt haben, ja, es hilft doch nichts, ja, ich lasse es sein und so. Ja, dann kann ich nichts machen. Wenn sie aufgeben, dann kann ich nichts machen. Was will sie tun? Ja, und wie gesagt, ich sage ja immer, das müssen auch die Zuschauer verstehen, es gibt keinen Wunderheiler. Und sonst würde ja ein Therapeut, wenn wir jetzt dich als Beispielperson nehmen, würde ja dann reichen. Dann könnte man sagen, wir schreiben ein Schild an deine Praxis. Und das ist, Lucio Nicoletto heilt alle Krankheiten. Fertig. Und das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Dann wären die alle anderen überflüssig. Das geht auch nicht. Das kann nicht sein. Das ist das Unsinn. Und wie gesagt, jetzt hast du ja Verfahren entwickelt über deine lange Zeit. Wie lange praktizierst du jetzt schon? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Oh, da hast du aber schon ein paar Tausend gehabt. Ja. Aus diesen Erfahrungen hast du so ein kleines Notfallbrevier entwickelt. Das heißt, das habe ich hier in Händen, liebe Zuschauer. Da sind alle Krankheiten wie in so einem Raster, ich zeige das gerade mal, sind da drin. Und dann kann ich da aufschlagen, du kannst das besser wie ich, du hast es geschrieben. Was sind da zum Beispiel für Dinge drin, die ich dann sofort akut behandelt habe? Also Kopfschmerzen, Augenprobleme, wie Blut, Zirkulation, Blutzirkulation, Ohrenprobleme, Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, Herzprobleme. Alles so kleine Sachen so. Oder Nasenbluten zum Beispiel. Nasenbluten ist ja ganz einfach. Wenn man hier zum Beispiel Nasenbluten auf dieser Seite, dann nimmt man den kleinen Finger, dann wird man ein paar Mal draufschlagen und der Nasenbluten schweckt. In Sekunden. Was natürlich auch wunderschön ist in diesem Prävier. Es ist einmal beschrieben per Schrift, wie du was machen wolltest. Und es ist ein Foto dabei, wo man genau sehen kann, wo man hindrücken muss. Aha, hier am Ohrläppchen oben, da unten und hinterm Ohr an dem Punkt. Und dann steht auch genau beschrieben, wie lange Schmerz, wenn nicht aufhört, wiederholen und so weiter. Genau, ja, genau. Jetzt sage ich mal, so eine kleine Notfallfibel, was das ja ist, kann ja ganz hilfreich sein. Und wie gesagt, was sind wir gewöhnt? Wenn ich Kopfschmerzen habe, gehe ich zum Medizinschrank, klick, Pille, puff, weg. Leider. Ja, das ist natürlich trügerisch, weil ich dann nur eins gemacht habe, ich habe mit Chemie das weggeschossen. Meistens, wenn man analysiert, was da im Körper passiert, wird im Prinzip nur der Nerv betäubt, dass der Schmerz nicht ans Schmerzzentrum im Gehirn übermittelt wird. Und das ist fatal eigentlich, wenn man genau überlegt. Ja, echt beschädlich halt. Genau, und die Ursache machst du auch nicht weg damit. Und wenn ich so ein Brevier habe und gleich einschreiten kann, eine Frage, die ich auch gestellt bekommen habe von Zuschauern, die haben mich gefragt, also die eine Dame schrieb mir, bei ihrer Schwester und so und auch bei sich hat das gut gewirkt, aber sie haben auch Kinder und die Frage war, ob man das auch bei Kindern machen darf. Ja, kein Problem, kann bei jedem, es spielt keine Rolle, ob Kinder, es ist nichts Schädliches, Es ist ja ganz einfache Methoden, also es ist wirklich sehr einfach. Also es kann auch nichts schaden, auch wenn das Kind Kopfschmerzen hat, kann man es machen? Nein, 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 nichts, nichts. Es gibt nichts, wo es schaden könnte, es existiert ja nicht. Ich mache nicht Technik, wo jemand schaden könnte, nichts, was ich tue, auch das, was ich mache, kann ich schaden. Es kann einfach nicht funktionieren, also dass jemand immer noch Probleme hat, aber dass er mehr hat, das gibt es nicht. Das geht zum Arzt, dann hat man mehr Probleme, das wäre auch gut, zum Therapeuten. Deswegen, liebe Zuschauer, finden Sie natürlich auch im Time-to-do-Shop oder über die eingeblendete Website von Lucio Nicoletta, die immer wieder unter seinem Namen eingeblendet wird, genauso wie die Telefonnummer. Das können Sie sich notieren und in einem Fall natürlich dann anwenden. Jetzt haben wir noch zwei Dinge hier auf dem Tisch stehen. Das sind zwei CDs, glaube ich, oder DVDs? CD, CDs. Zwei CDs, die grüne hier, ich darf die mal zeigen, die haben wir bereits im Shop, die kennen die Zuschauer. Da sind viele hilfreiche Tipps darauf. Jetzt hat Lucio eine neue, eine zweite gemacht und da gefällt mir der Titel so gut, Endlich wieder jung. Und das Bild da vorne drauf ist auch ganz toll. Ein älterer, grauhaariger Mann, ich stelle es mal so ein bisschen hin, schaut in den Spiegel und ein junger Mann schaut aus dem Spiegel heraus. Das ist natürlich der Traum for ever young von vielen Menschen. Das heißt, dass ich nicht altere oder sehr wenig altere, um letztendlich mich immer jung und schön. Das wollen wir ja alle sein, so diese Thematik. Was ist der Inhalt dieser CD? Seit Menschengedenken träumen vor der Jugend. Dass immer jung werden, jung bleiben. Und das Geheimnis ist dabei, das sind Übungen. Diese Übungen gehen nur ganz kurz, das sind keine Meditationen. Drei, vier Minuten höchstens ist der längste. Und das sind Übungen, die ganz einfach zu machen sind. Und man tut mit dem Bild arbeiten, wo ich jung bin. Das heißt eigentlich eine Affirmation. Ich stelle mir etwas vor und tue das als Realität für mich annehmen. Richtig. Es ist ja wie ein Programm. Es läuft wie ein Programm ab. Die ganze CD sind, glaube ich, etwa 14 Übungen. 14 oder 15, weiß ich nicht genau. Und es wird eingefangen, immer wieder geht man immer tiefer und dann muss man etwas verändern. Und man arbeitet mit unseren Zellen. Die Zellen haben das Gedächtnis, das ich jung war. Also dieses Gedächtnis ist noch in unserer Zelle vorhanden. Und da mit dem arbeitet man noch. Mit den Bildern arbeitet man. Die Geburt, alles was passiert ist, Seelenanteile zurückzuholen und und und. Es sind viele Sachen, die uns alt machen. Und alt ist auch eine Krankheit. Okay. Es existiert kein Alter, so wenig wie wir auch existieren. Weil der Atom besteht ja aus nichts. Also wo ist die Materie überhaupt? Der ganze Körper ist nur Energie. Diese Energie kann man immer verändern. Zudem noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Wie funktioniert überhaupt der Mensch? Ich vergleiche mit einem Computer. In einem Computer habe ich ein Grundprogramm. Das ist der Windows. Oder Apple oder weiss ich was. Nachher kommen dir Arbeitsprogramme. Word, Excel und so weiter. Und nachher werden Koffer installiert. Bei uns ist das Grundprogramm, das sind die neun Monate, wo ich in meiner Mutter Leib drinnen war. Das ist unser Grundprogramm. Neun Monate habe ich die Gefühle, das Blut von meiner Mutter ist durch mich durchgeflossen. Also ich bin das, was meine Mutter war in diesen neun Monaten. Darum kann eine Mutter zehn Kinder haben und zehn Kinder sind verschieden. Weil jedes Mal hat er ein anderes Gefühl. Also das ist das Grundprogramm. Dann kommt der Urinstinkt, das ist das Grundprogramm, das ist das Grundprogramm, das ist das Grundprogramm, und die Gene. Die Gene sind das vom Vater stärker, dann sehe ich aus wie der Vater und habe die Eigenschaften vom Vater. Sind die von der Mutter stärker, dann habe ich das von der Mutter. Und ich bin beide gleich, dann habe ich beides für beides. Nachher kommen diese Programme. Die Programme sind sehen, hören, reden, laufen, bewegen, alles was man so tut. Das sind die Programme. Und nachher kommen die Koffer. Der erste Koffer ist die Erziehung von meinen Eltern. Die zweite Erziehung von der Schule. Die dritte Lehre, Sex, Liebe, alles was drumherum ist. Erreicht man gewisse Alte, die 60er Jahre, sagt man in der Regel, dann wird man sich nicht mehr weiterentwickeln. Ich bin ja zu alt, ich weiß ja schon alles. Man weiß schon alles. Also, dann entwickelt sich das nicht mehr weiter. Und so geht man dann zurück in dem Alter nachdem. Okay. Man sollte immer, egal wie alt man ist, immer sich weiterentwickeln, damit das immer in Arbeit ist. Das sind die Zellen, die am längsten brauchen, um sich zu erneuern. Die brauchen sieben Jahre, bis sie sich erneuern. Sieben Jahre lang, bis die ganze Hirnzelle sich erneuert. Und darum muss ich immer schauen, dass sie immer aktiv werden. Darum gibt es Halsheimer. Nur wegen dem. Man beginnt beim Alter, weil eben so ist. Was tut man denen? In Pensionen, was tun die Leute denen? Das ist ja wie ein Computer. Du schaltest einen Morgen, stehst auf. Die tun frühstücken denen genau. Mittagessen genau denen. Genau denen muss man säßen. Alles wird alles. Sie versuchen, den reglementierten Arbeitsalltag dann auf ihr Rentendasein umzusetzen, indem sie sich selbst quasi disziplinieren. Ja. Wobei sie da die Chance hätten, einfach zu leben, wie sie wollten. Ja. Und ob ich mittags um drei esse, wenn ich Hunger habe, oder abends um fünf oder um zwölf, spielt ja überhaupt keine Rolle. Genau. Kann jeder Mensch machen, wie er will. Richtig, genau. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn man immer so regelmäßig macht, auch für uns alle. Es darf keinen Plan geben, weil dann bin ich kein Mensch mehr. Dann bin ich Computer, dann bin ich eine Maschine. Die kann man einschalten am Morgen und am Abend ausschalten. Das kann doch nicht sein. Ich muss immer neu, wiederentwickeln. Wie ein kleines Kind. Bleib immer ein Kind, sage ich zu meinen Leuten, wenn sie kommen. Bleib immer ein Kind. Und dann wirst du auch gesund sein und du wachst auch. Und du wirst reif. Das ist natürlich, was du sagst, kann ich gut nachvollziehen. Aber ich sage immer wieder, jetzt werden viele Zuschauer am Bildschirm sitzen und werden sagen, ja, aber wir haben das ganz anders gelernt. Wir haben genau das Gegenteil beigebracht kriegen. Diszipliniert. Gerade in der Schweiz erlebe ich, dass es hier die Menschen sehr, sehr streng und diszipliniert sind in ihren Abläufen. Und wehe, du kommst fünf Minuten zu spät. Um Gottes Willen, da sage ich immer, hallo Leute, die Welt geht auch in fünf Minuten noch weiter. Und das sind so Sachen, wo ich auch sage, ihr macht euch das Leben schwerer, als es einfach ist. Natürlich gibt es dann die Argumente, ja, Ordnung muss sein und das Ganze. Ich kann das alles nicht mehr hören. Ich sage, wir sehen ja, wo sie hingeführt hat, die Ordnung. Wir haben noch nie, waren so viele Menschen krank wie zurzeit. Ja, das stimmt. Obwohl wir so hoch zivilisiert und hoch gerüstet sind. Und dann sage ich, Leute, jetzt müsst ihr doch mal langsam einsehen, dass irgendwas an eurem System nicht stimmen kann. Richtig. Ich akzeptiere dieses System nicht. Für mich ist auch Individualität und Menschlichkeit der viel, viel wichtigere Faktor. Und deswegen bin ich auch nicht krank. Ja. Weil ich, Leben ist nicht ein Strich. Das ist Leben. Richtig, genau. Und hoch und dann tief. Genau. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Ja, ja. Ein weiterer Punkt, der, wie gesagt, jetzt haben wir über dein Erste Hilfe-Previer hier gesprochen. Wir haben über deine DVDs gesprochen. Also übrigens, die Erste war ein guter Erfolg. Habe ich auch tolle Rückmeldungen bekommen, weil die Leute gesagt haben, ganz toll die Übungen, hat mir sehr geholfen. Eine andere Thematik, die du auch machst, das sind Seminare. Und zwar Seminare mit dem Thema bewusste Energie. Was können sich unsere Zuschauer unter dem vorstellenden Seminar Bewusste Energie? Wir schauen uns jetzt, fast kann ich es, ah, ich sag das, noch ein halbes Jahr Training, dann habe ich es. Kann ich jetzt schon lese. Bewusste Energie, Level 1, Wochenendseminar findet am 31. Januar bis 1. Februar in A5973 Höchel, Vorarlberg. Höchst. Höchst, Vorarlberg, also fast. Erstens, es sind alles Wochenendseminare. Die Seminartermine, liebe Zuschauer, werden wir natürlich auf unserer Website Ihnen präsentieren unter aktuell. Sie kennen das. Dort sind von allen Gästen die Termine, auch wenn die Gäste nicht mehr lange da waren. Immer ein halbes Jahr noch nachher kann der Gast, der unsere Sendung besucht, seine Termine und seine Veranstaltungen über unsere Website auf Time2Do aktuell posten und zur Verfügung stellen. Und hier haben wir jetzt das erste Bewusste Energie Level 1, 31. Januar bis 1. Februar in Höchst, in Vorarlberg. Das ist kurz hinter der Schweizer Grenze. und ist natürlich von Deutschland, von Lindau, von Bayern her gut erreichbar, gesamte Ostschweiz und so weiter. Und da gibt es jetzt ein Bewusste Energie Level 1, Level 2 ist dann später, Level 2 Plus und Level 3. Es sind alles Wochenendseminare. Das heißt, Sie beginnen wann? Freitags? Immer Samstag, Sonntag, immer Samstag, Sonntag. Ah, zwei Tage, genau. Ach so, 31. Januar war erst der Februar plötzlich. Genau. Also, zwei Tagesseminare. Jetzt die Frage nochmal, was muss ich mir unter Bewusst Level 1 vorstellen? Da finde ich es super, jetzt muss ich etwas anderes sagen, finde ich super, dass viele Therapeute zu mir kommen und diese Seminar besuchen. Und die sind sehr, sehr skeptisch und nachher sind sie so, so erfreut, weil sie so in kurzer Zeit so Probleme lösen können, die kommen nicht mehr und sagen, die rufen mich an und sagen, schau, jetzt habe ich ein Problem in einer Stunde lösen können, einen Klinischmerz und so und sonst müsst ihr zehnmal kommen, bis ihr das Klinischmerzen weg war. Die sind sehr stolz drauf und das finde ich super, weil das ist ja für Therapeuten ein super Sache zum Lernen. Also, der Level 1 ist, bei mir ist es so, das ist eine Programmierung. Wie gesagt, wenn ich drücke mit meinem Finger, ist ein Programm, das abläuft. Das ist nicht nur der Druck, den ich mache, sondern es ist ein Programm. Und dieses Programm wird installiert bei dem ersten Seminar. Beim zweiten Seminar lernt man, mit diesem Ding zu arbeiten. Also, wir beginnen beim Körper zu arbeiten. Also, ich bin, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich bin ja komplett begeistert. Ich möchte dir auch gleich sagen, warum. Liebe Zuschauer, Sie wissen, das Einzige, was durch Teilen mehr wird, ist Wissen. Alles andere, was Sie teilen, wird automatisch weniger. Und ich finde es ganz toll und gratuliere die meisten Menschen, die Verfahren entwickelt haben. Das Ganze, was du heute tust, hast du ja aus eigener Erfahrung, haben wir vorher gehört, wird ja alles, dich weitergebildet, weiterentwickelt, angewendet und so weiter. Und jetzt gibst du in Seminaren dein Wissen weiter an andere Therapeuten, dass auch die diese Methode weitertragen und zum Wohle ihrer Patienten einsetzen können. Ganz großes Kompliment, finde ich, Spitz. Ich habe schon oft das Gegenteil erlebt, dass alle Geheimnis draus machen, das kann nur ich und so. Nein, nein, das gibt es nicht. Ich tue gar kein Geheimnis draus machen. Jeder lernt von mir. Es sind ja nur Therapeuten, es sind überall, auch Privatpersonen, für sich selber, zum sich selber helfen. Große Familie, wenn du hast. Alles, alles, alles kommt zu mir. Und der zweite Level, also der zweite Plus, ist Ausbildung zum Therapeut. Also wenn ich das beruflich mache, kann ich es machen. Da wird einfach intensiver damit gearbeitet. Also ich muss mir vorstellen, Thema 1, das gesamte Energie, das Programmieren, wie mache ich die Voraussetzungen. Level 2, wie wende ich es technisch an, also wie die Werkzeuge benutzt werden. Level 3, wie kombiniere ich 1 und 2 mit dem Wissen der Krankheit des Patienten, um einen Anstoß zu geben zur Selbstheilung. Richtig, genau. Und dann haben wir noch den Level 3. Level 3, Level 3 ist es als Spezielle. Das ist diese Jugend, wieder jung werden, das können sie auch lernen, die mitmachen. Und Hypnose, Phobie zum Bearbeiten. Meine Hypnose ist nur Phobie. Und Phobie werden innerhalb von 3 Minuten gelöst. Entschuldigung, wenn ich da einhange. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste und habe auch schon viel erlebt. Und ich kenne das Thema Phobien. Gott sei Dank bin ich davon komplett verschont in meinem Umfeld. Ganz irre, viele Frauen spinnen ein Horrorthema. Oder enge, also dunkel, eng, viele Menschen oder hoch. Höhen, oh, 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 oh. Und das kann einen Mensch unheimlich in seiner Lebensqualität einengen, weil er ja ständig, gerade dieses Thema Höhenängste und so, bist du ja ständig in wie vielen großen Hotels und gibt es Glasaufzüge und alles, da kriegen wir ein Herbstes mehr drin. Ja, ja, oder auch, um Gottes Willen, also Flugzeug. Oder wie wunderschön ist es, einen Hubschrauber-Rundflug zu machen mit so einer Glaskanzel, wo du über die ganze Welt gucken kannst. Das ist ja eine ganz tolle Thematik. Das heißt, im dritten Teil lernen auch die Besucher der Seminare, wie man Phobien bearbeiten kann und wie man das Thema New Age, plötzlich Forever Young, wie man das Thema umsetzen kann, um den Menschen die Informationen zu geben, wie sie erreichen, dass sie nicht so schnell altern. Ich meine, altern müssen wir alle irgendwann, aber man kann das auf eine angenehme Distanz bringen. Wie gesagt, in drei Minuten ist die Phobie weg. Fantastisch. Ja. Wie gesagt, alles braucht keine Zeit. Die Zeit existiert nicht, das habe ich ja schon mal erzählt. Alles passiert in diesem Moment. Es entsteht, alles was entsteht, ist etwas, was ich mitgenommen habe. Phobie nehme ich immer mit von meiner Mutter. Die meisten nehmen das mit von der Mutter. Ah, interessant. Ja. Das ist das Grundprogramm. Okay. Also ich muss das nur, das wird nur transformiert und ist nicht mehr da. Ja. Das ist erstaunlich. Das ist ja wie ein Spiel, das ich mache mit dir. Das ist ja wie eine Geschichte, die ich erzähle. Und nachher, dann mache ich das Auge auf, nach drei Minuten, dann sage ich so. Und jetzt, vorher war acht, und jetzt, wie ist es jetzt? Ist nichts mehr da. Ich sage, ich versuche mal das zu, jetzt ist nichts mehr da. Ja gut, dann schau nach unten, in der Höhe. Ja, ich kann nicht, kein Problem. Wunderbar. Lucien, unsere Sendezeit geht dem Ende zu. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und es ist immer wieder erstaunlich und erquickend für mich, mich mit dir zu unterhalten, weil diese Dinge, die du alles sagst, durfte ich ebenfalls in meinem Leben erleben. Nicht als Therapeut, aber als Patient und in der Erkenntnis. Ganz vielen Dank. Ganz kurz noch, wo ist deine Praxis? In Dipulsau. In Dipulsau. Das ist ja die österreichische Grenze. Also ich in der Schweiz, aber ich in der Ostschweiz. In der Ostschweiz. Dankeschön nochmal für Sie, liebe Zuschauer. Heute haben Sie können wieder viele Dinge erfahren, die Ihnen helfen können, Ihre Gesundheit wieder herzustellen. Entscheiden Sie selbst, ob das Ihr Weg ist. Nutzen Sie diese Möglichkeit und bleiben Sie gesund. Einen schönen Abend. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.